Warum sind Sie heute hier? Ich bin heute hier, um dagegen zu protestieren, dass im Bundestag die Stationierung von Airvex-Überwachungssystemen und Patriot-Raketensystemen in der Türkei stattfindet. Ich bin vor allem deshalb hier, weil ich es für hochgefährlich halte, diese Waffensysteme mit Bundeswehrbesatzung in dieser Region zu verbringen. Ich halte es für ein Zündeln an der Tankstelle, weil dort eine sehr komplizierte und gefährliche Region mit vielen Interessen, gerade auch was die Energiefrage angeht, verbunden ist. Schönen Dank.